So, ich glaub die Map kennt die, oder? Ja, wir kennen die. Die haben ja mal gespielt, ne? Ja, so! Wie sieht's denn jetzt aus hier, Shorty? Hast du noch ein Zitat für uns? Jawoll. Ja, ja, komm. So, Jungs, also jetzt erstmal Butter bei der Fische. Weißt du, wir haben denen jetzt endlich mal einen Sieg gelassen, damit die natürlich nicht demotiviert sind. Aber jetzt greifen wir an. Zwei Siege. Ne? Und dann Vollgas einfach als Teamplay-Kommunikation. Das ist der Key. Und let's go! Oha, Alter, let's go! Let's go! Give me the crown, bro! Weißt du, wir werden hier gut gewinnen, weißt du, die wir durch so sehr haben? Wir haben das, ey. Oh, let's go! Oh, die Map ist cool, die ist witzig. Ja, let's go. Die Map ist wirklich witzig. Hier, der schöne Lambo vor der Tür. Let's go! Let's go! Let's go! Wir fahren jetzt drüber. So, wo sind die alle? Oh mein Gott! Der Lux spielt richtig mit dem. Oh. Oh, der hat ich nicht gesehen. Pipofeet, Pipofeet, Pipofeet. Oh, was ist das denn? Der hat irgendwas geplaced. Irgendeine Bombe, ja? Was ist das für ein Quatsch? Quatsch mit Soße ist das. Wie wir alle rumfahren mit unseren kleinen... Kann das auch die Drohne triggern, ist die Frage? Ne, ich glaube nicht. Okay, haben wir irgendwie herausgefunden, wo die sind? Ne, ne? Ähm, ich glaube nicht. Die sind aufgeschossen. Bitte? Alter, geh die... In der ersten Etage oben war jemand. Setz die Gewehrschild auf. Ah, da sind die Schuze draußen. Okay, dann sind die... Ja. So. Äh, Glass, was du machen kannst... Shorty, guck mal rechts da hinten. Da ist so eine Luke, ne? Auf der rechten Seite schießt du dreimal gegen, dann müsste die aufgehen. Und dann kannst du... Okay, mit deiner anderen Waffe. Ach so. Okay, ist ja noch niemanden. Ah. Ich hab Buddy Piu-Piu. Oh, was war das? Hier war einer. Nein. Bei Jericho und mir. Ich komm zu euch, ich komm zu euch. Nein. Hä? Nein. Wo war der? Äh, der ist im VIP hinten. Was heißt denn das? Im VIP hinten. Ja, das ist halt das Problem mit den Calls. Genau da, wo ihr grad reinguckt, da in das... Wo, wo Ash grad reinguckt. Was hat Ash, ähm... Was hat Ash auf der T? Auf der Spezialfähigkeit. Ich hab halber Meter gekillt. Oh nein, ich hab Probleme. Auf der T. Ich weiß gar nicht, was da gebeindet ist bei dir. Ich hab's ungebeindet. Also die Spezialfähigkeit halt. Ach, das ist ein Explosivkopf. Hä? Aber ich hab den genau damit getroffen. Tötet das den? Ja, ne, ne, der... Da hinterfällt liegt jemand in den Ding. Der aktiviert nicht am Körpern. Absehsend. Da ist noch einer on-Zahn. Abbeinen, 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 abbeinen. Oh, Chipicay. Oh noch, oh noch. Ich dachte, ich büste den schön weg damit. Der ist bei der runden Couch auf dem Boden liegt. Ah, ich hab drei wieder geholt. Reformen. Boah, das war aber stark von dem. Holy, holy. Wir wollten chatten, oder? Wie ging das nochmal? T. Ah shit, das hab ich ja weggebeindet. Free. Ich kann nicht chatten. Free. Ich hab jetzt eingeschrieben. It's too easy. Jetzt ist Steffen richtig sauer. Glaub mir, jetzt legt er nochmal eine Schippe drauf. Der legt jetzt nochmal eine Schippe drauf. Ich sag's dir. Down to play reingeschrieben. Let's go. Ah, das ist schön. Ja, Pappi wird grad richtig rot. Ich seh's richtig in seinem Gesicht. Der ist grad richtig so. Wir müssen eine Bombe aufschwören. We need a crowd. Guck mal, wir müssen öfter mal die Motivationssprüche machen. Das geht wie vom Spieß. Okay, ich hab noch einen. Ja, haben wir? Ein Sonnenuntergang bedeutet nicht immer, dass die Zukunft auch ein Untergang ist. Es ist der Anfang eines neuen Tages gleichzeitig genau genommen. Buddy Peters ist oben. War das okay? Ja, ich seh die Welt jetzt mit anderen Augen. Okay, perfekt. Ja, ich hab mein Bestes gegeben. Ich sag dir, wie es ist. Drei Leute oben, weil auf zwei. Auf zwei. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da hol ich jetzt mal so einen Nate rein, Junge. Komm, machste. Ach, übrigens. Wer hat denn grad Nates? Ich hab Kontaktgranaten. Oh, Trill. Genau. Komm mal mit aufs Dach, Trill. Hm. Da wollen wir mal reingucken, was? Komm mal mit. Da ist noch einer. Ich hab ihn. Boah, okay. Da liegt noch. Guck mal, du kannst deine Granaten. Das ist so ein cooler Trick. Du kannst deine Granaten durch so einen Schacht schmeißen und dann versuchen, dahinter einzukillen. Lass erst mal woanders lang. Wir haben einen Kill gemacht. Ja, ganz gut. Wir gehen erst mal woanders lang. Bringt ja nischt. Oh, da war tatsächlich einer. Hättest du die mehr gekocht, ein bisschen sogar? Ja, was soll denn das? Ich lass ihn nochmal vorkochen. Nee, nee, da ist er. Oh, Vorsicht! Oh nein. Es fängt wieder an. Alles gut, ich hab keinen mehr. Ich hab keinen mehr. Okay, warte mal. Ich geh mal wieder mit meiner... Oh. Äh. Moin. Wie ist die Stimmung hier? Ja, siehst du hier. Komm mal. Komm, ich muss hier raus. Ihr könnt hier runterspringen, auf der Seite, wo ich grad runtergesprungen bin. Oder ihr könnt auch auf der anderen Seite runterführen. Das geht auch. Ich weiß, du machst auf und ich sterbe! Ich fall in sein Dauerfeuer rein. Alter, was? Was? Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Nein, nein. Ich will nicht mehr sein. Wie viele, wie viele... Ich will nicht mehr hier sein. Jetzt macht der ein Teamkill. Jetzt macht der ein Teamkill. Der macht sogar sechs Kills. Hallo, wir sind fünftig genug. Der macht sogar sechs. Hallo. Er will noch ein Kill. Ey, das war nicht meine Schuld. Der war blind wie Sau und hat mich weggepumpt. Weggepumpt. Hallo. Oh, da ist aber jemand getriggert. Siehst du, der? Also, weißt du, du machst die Tür auf. Ich komm runtergesprungen und krieg direkt in die Fresse. Das hätten wir besser... Der hat das geacet plus eins. Das hätten wir besser timen sollen. Das stimmt. Dann kann ich immer wieder nix machen, wenn meine Maid so spült. Get on my level. Ach, schreibt der nicht. Oh, geil. Oh, Mann. Ja, easy. Jetzt, Schoddy macht wieder einen Motivationsspruch. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt nur einen. Das geht's ja nicht. Wir müssen eine Motivation auf. Ich möchte auch mal so kreativ sein wie Sterzig, aber... Ja, du musst einfach random Wörter aneinander rein. Das war's. Okay. Gott, ich leg dir einen vor. Dann kann man... Ich will die Dom, 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 yes. Rosen sind braun, Rosen sind rot. Ja, weiter. Die Gegner sind rot, das heißt, wir schießen sie um. Wir schießen sie tot. Oh, Mann, ey. Das war so eine gute Vorlage. Schoddy, was war das denn? Ich war schon nicht fertig. Ich wollte noch weiter dichten. Das ist was für eine Reimkette. Die Gegner sind rot, deswegen schießen wir sie um. Oh, mein Gott. Das war die beste Vorlage. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Ja, war ein Ansatz. Oh, geil. Leute, jetzt gewinnen wir die Runde leider nicht. Brot. Doch, ich bin mir sicher. Irgendwas werden wir schon bekommen. Ich probier's nochmal. Der hat mich mit seinen ganzen coolen Sprüchen verunsichert. Ja, glaub ich. Der ist direkt hier vorne, vor der Theke. Okay, warte, dann komm ich zu euch. Du kannst, ey, Fuse, du kannst von oben sogar durch den Boden fusen. Ja, 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 einer, einer. Nee, der ist nicht down. Der ist genau nicht direkt nach vorne. Der ist jetzt down, der ist down. Ja, ja, jetzt ist er down. Finish ihn jetzt, zack. Er ist tot, der ist tot. Oh, will ich das hier sehen. Hä? Okay, ich... 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 Achtung, der ist... Achtung, der pusht, der pusht! Okay. Du hast den entschärfer fallen gelassen. Okay, alles easy, alles easy. Können die noch sein? Ah, okay. Oh mein Gott, hat der mich erwischt! Der ist ja in den Garten gefallen! Alter, der hat mir so einen Shot gegeben. Der hat mich vom... Ich bin oben, Scherz, die Treppe. Ja, alles gut, alles gut. Wo läuft der denn? Gibt es oben eine Hedge oder so, Timmit? Äh, ja, aber nicht in die Side rein. Okay. Also, du könntest... Fuse ist auf einem guten Weg. Nice! Schön, Scherz. Rechts von dir, rechts von dir! Hinter dir, Fuse! Rechts, da? Ich hab keine Ahnung, wo ich sein könnte. Hier kommt wieder so ein Drecksschild. Ja, du musst... Versteck dich hinter eine Ecke oder so. Und wenn der... Aber das ist halt Chaos, den kriegst du nicht. Das ist halt ein Pro. Der macht das jetzt absichtlich, also... Äh... Ja, das ist natürlich geil, weil, ähm... Das übel fair ist, was hier gerade passiert. Weil die haben mit C4, kriegt man den nicht weg? Äh, ihr habt nichts, aber... Ihr könnt hinlaufen, den Messern, und dann geht das Schild zur Seite, und dann müsst ihr den hinfeiern. Haben wir doch easy, oder? Ja, dann lass ihn ihn holen. Lass ihn pushen. Der lockt uns irgendwo hin. Aufpassen, der lockt uns irgendwo hin. Klar. Aber so ein Claymars auf dem Boden, Alter, oder? Mhm. Ja, voll. Oh, der hat ein Fieser aus oben. Das ist natürlich, äh... Genau, ihr könnt den zu zweit, könntet ihr den, äh... Ah, heihe. Du musst den einmal knifen, dann geht das Schild zur Seite. Noch mal knifen und rein. machen ja aber warum macht er das denn das ist ja das ist eigentlich das was ich meinte was sie nicht machen soll aber ich glaube dass mehr grad auf über ein spaßig sehen aber gleich ist jetzt ein operator den ich gegen neulinge auch nicht unbedingt spielen würde um ehrlich zu sein aber alles entspannt ich muss sagen das fand ich jetzt ein bisschen das fand ich jetzt ein bisschen frech gerade in unserer ja das ja das ja das ist das was ich eben ist aber alles gut hat jemand einen tipp was man dem crush schenken kann zum ballendienst auf jeden fall nicht gut warum hast du erfahrung damit oder ich dachte es gibt eine webseite sollte ich zum valentinstag code empfangen wollen so dass naja ok eine webseite wo du leuten tatsächlich elefanten kacke angehen zu schiffen habe ich gehört habe ich von präumen gehört wo ist die drohme komm ich genau gesehen seid ihr gut drauf oder mein hallo hallo einer schreibt bei mir du sollst pinterest gucken was soll ich gucken auf pinterest für valentinstag es wird nur bei mir im chat gefragt ach so aber warum präumen ist immer besser weißt du deswegen fragten oh gott wir stehen ja komplett offen dann bei mir ist bestimmt draußen was till bei uns ja bei uns ist was hier ich bin angerufen geht immer jemand ran unten ja ja unten unten kommt keiner kommt keine ich kriege den nacken ich kriege ich ja ich habe von der decke ich habe ich denn das damage herbekommen ich glaube da wurde es irgendwo gewoll bangt ja tatsächlich hier ist eine wand offen ich kann es nicht mehr ja da ist eine holzwand hinter mir das wusste ich nicht also genau hinter mir wirklich oh mein gott in der spritzer holen oben drauf oben ja die sind in zeit schon geplant ist echt sind die oben wo denn geplant ist auf a b b b ne das weiß ich gerade gerne müssen wir suchen den defuser hier vorne ist die treffe hoch ja schön das war das denn das war das denn das war ben ben war das wo wo kommst du shawley wo ist der hinter der bombe hinten ich muss gestehen schau ich habe sie sogar ich habe die plämo sogar gesehen aber ich wollte ich nicht voll schreien dass du noch mehr dass du noch mehr dass du noch mehr willst ich bin vor dir ich bin vor dir ich bin vor dir ich bin vor dir nachher wärst du durcheinander und und musst du es sind so ihr müsst verstehen es sind so viele dinge die ich euch währenddessen gerne sagen möchte aber das ist alles wirklich eine absolute reizüberflutung damit würde niemand klarkommen so sag mal ne Runde pistol only ohne utility spielen pistol only ohne utility aber wir nehmen dann trotzdem waffen richtig bitte also wir verarschen die achso nein ich schreibe jetzt rein nächste Runde pistol only ohne utility aber wir nehmen alles jetzt einfach nur counter strike einfach nur also keine utility placen einfach nur also wir schon aber die nicht also wir sagen wir machen es nicht aber wir machen es trotzdem oder das ist aber seid ihr aber Füchser du ihr seid so Leute ne kannst du mal machen ne machen wir jetzt trotzdem oder was ja klar ja klar ja klar oh ok ich bin vor allem ohne utility ok oh nein ich hab einen Schroffinter als Zweitwaffe oh scheiße aber machen wir das jetzt wirklich wirklich oder ja weiß ich nicht ja gut dann verarschen wir jetzt perfekt bin ich dabei ich liebe es am Ende verlieren wir jetzt trotzdem richtig ja man bist der Hund man bist der Baum so aber weißt du vertrauens die sind auch unfair zu uns gewesen ne richtig 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 ja wir haben auch Gefühle ich hoff ich hol jetzt Pappi weg Freunde wichtigste ja easy ich hör was im Dach glaube ich Drillungs ich glaub sie riechen im Braten los gehts eins da ne ich glaub nicht pre-nate mal aufs Dach oh ja ne was ist das das ist Nordost hier von den Blue Stars kannst du mal unter dir scannen Schordy hier bei mir bei mir bei mir ja warte bei mir bei drei bei drei bei drei ich geh von überall Alter ich krieg einen Armageddon Airstrike wo kommt das alles her Bro ich binockt er hat mich gemessert ich kacke nein ich kacke in meinen Arsch äh warum äh wer dachte sich denn so jo ist ne ist ne gute Idee ein paar Pro-Gamer ranzuholen Digga nein nein ach glaub schon ich stopp meine Blutung oh nein der Endi ab no auf welche Entfernung hat er mich überhaupt hier gemessert ja sehr schön sehr schön gemacht so gefällt mir das oh du ladest ihn doch noch nicht zwei Leute zwei Leute hier unten hier unten ja hier kommen die Treppe hoch beide wo ist die scheiß Treppe beide auf der Treppe die gehen wieder runter ich ping die nochmal jawoll ja er lasert aus meinem Arsch Jürgen was verlass ich finde mit da kann ich auf 2 ja hat er verdient, hat er verdient der Papi oh alter wie der da ankam Hose rutscht ja rennt der? oh ja da war er ja ich hab ihn nur sehen rennt der? ja ich glaub ja ja ich glaub schon schön juhu das ist mein Junge juhu war sein Glück gute Pistol Round gute Pistol Round ja gut gut Ico free free so abfahrt nochmal Pistol Round frag mal jemand ja klar ja klar Knife ohne jetzt jetzt nur Messern Freunde war drauf ohne Knife was war denn jetzt? was war denn jetzt? Messer auch nicht machen die glaub ich ach quatsch niemals ich glaub das machen die die haben doch alle nicht mit Pistol gespielt oder? ich glaub schon wir haben eine Pistol gemacht ja aber ich glaub das ist jetzt nicht mehr nach der Runde ne ich glaub ab der Runde also ja weiß ich nicht ja ja am besten wird man verstärkt hier hä wie kommt man in den Raum rein? hm ich wollt grad sagen wie kommt man in den B-Raum rein? ich glaub der hat jetzt die Gegner haben eine Bombe entdeckt verteidigt sie kann ich die Wand hier aufmachen? versuch mal nice ich hab da wieder schlecht aufgemacht ich mach ich mach Vorsicht Schottie ich hab ne Tammate perfekt ich glaub das kann man nicht ausschließen och man ey so hier eine ganz ganz wichtige Info das ist entspannt das kann man auch mit Strohflinte noch den Rest weg machen ähm abgesehen davon dass man Rotations zwischen Bombsides macht ist es wichtig wo man die macht tatsächlich ok weil wenn ihr euch die Rotation mal anguckt wenn jetzt von hier hinten jemand äh durchpieken würde kann er durch den ganzen Raum einmal quer gucken ja deswegen macht man das eigentlich auf der linken Seite damit er den Winkel zur Wand hat hier ist einer ah ok ich mach das einfach hier zu unten drin unten drin warte ich hab hier eingeschossen ja hier ist offen und oben ist offen oben auf dem Dach sind die oben auf dem Dach? hm ich hab schon also hier ist offen auf zwei ok oh mein Gott äh hier über uns hier über uns ich hab die nicht gehört oben er denn her ich glaub die waren nicht kaputtbar mal auf dem Dach? kaputtbar der Störber hier oben hier ne oben da war er äh ich sehe ihn nicht wo noch? ich sehe ihn nicht rechts oben von sterzig aus gesehen ich krabbel mal zurück er ist noch da oben kaputtbar er hat halt ein besseres Messer ich sehe es auch nicht weil es einfach bei mir ultra hell ist ich glaube die MP5 ist auch einfach langfristig so geil die verzieht halt er ist halt so frech wie er die Leute one-shottet ne naja auch schon krass oh Drohner heißt hinter mir glaube ich irgendwo Aui der hat dich durch den Boden genaded mir ist einer ja hat der leu warte mal was wird das geht denn jetzt ab warte mal warum schließt du die ganze Bälle ab über die Arme da schriegt die ganze Zeit Teamkills bei mir ist einer ich sehe niemanden durch die Camps ne aber draußen ist niemand irgendeiner ist hier aber ich weiß nicht wo ja der kriegt das schon hin Boah schön Timmet ausgerutscht ist da oben einer bei dir? ne ok ich will nur ein bisschen rumschießen wenn mir langweilig ist weil die ja so gut sein und die ganze Arbeit hier macht ja kein Problem hab ich doch boah ich liebe diese Pistole warum das ist einfach die ist einfach sexy der Sound ist geil die Trigger Rate ist geil der Recoil und der Schaden wer lebt denn noch? ist da einer? ja der kommt von Aqua auf dem Dach oben oder? ne von Aqua von Aqua links die Tür 8 Sekunden jetzt das kommt es bleiben noch 5 Sekunden das ist einfach wow das ist einfach easy give me that crowd der spielt sogar Blackbeard wie unangenehm boah Junge also der hat mich quasi durch den Boden genaded right? genau das ist das hab ich aber gesagt dass Steffen das machen soll weil das ist wichtig zu wissen weil das ist eine der Haupt ähm wie sagt man Ankerpunkte oder Anker Strats die man so macht wenn man Nates hat versucht man durch ja so an Default Spots wo man sitzen könnte ah ok als Defender gibt es immer irgendwo also wie du als Attacker zum Beispiel weißt wo der Defender zuerst verteidigt gibt es immer auf diesen Verteidiger Spots immer Spots wo einer sitzt also du weißt das einfach mit der Zeit und das Problem das Problem war nur du standst halt genau da zufällig wo ein Default Verteidiger Spot Verteidiger steht ja ok es ist so wie mit den Ottern genau das ist korrekt aber Otter sind auch super Otter schwimmen nicht weil sie schwimmen müssen Ottern schwimmen weil sie wollen und genau so spielen wir jetzt genau so sollten wir langfristig unser Spielverhalten anpassen weil wir wollen nicht weil wir müssen Abfahrt genau richtig ich weiß nicht was es heißen soll aber es sitzt ja ja man let's go ich hab die Regel nicht gemacht so funktionieren Zitate es bleiben noch 10 Sekunden die Kralle hier verstehe ich mich im Klo ne es bleiben 5 Sekunden ich leide nach ok die Gegner haben eine Bombe vom Gegner entdeckt bombe vom Gegner entdeckt bombe vom Gegner entdeckt ok na gut oben aufm Dach krass super aufm Dach oben bei 2 aufm Dach aufm Dach oh schau die Katt oh wo bist du alles gut alles gut alles gut oben bei mir ist was bei mir bei 2 warte 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 er liegt aus dem Boden ich hab ihn ich seh da niemand hinter da ah hier in der Toilette 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 nein da ist keiner da ist keiner da ist keiner ne hier ist keiner hä boah der wird durchgeschossen hier oben hier oben hier 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 ah ich rüber in den Chat hier 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 ah what ich leide Position nach links in Ecke ist rollen gekrochen wie der da aufm Boden lag ey ich kacke ich bin ultra lau leider ich hier leider auch da werde ich nicht mehr Gegner gesehen kann ich hier einmal raus gucken und dann das Timing ah die kommt schon onside die greifen grad an oh shit ah hier noch einer oben ich bin ultra lau da war noch einer ich hab auch noch hier hab ich nicht oben bei dir Trill machen die auf mhm nur ein kleiner Blink auf vier es markiert von dir gegen Trillux Trillux gehen wir zurück Trillux hier auf vier Alter was geht ab was geht da oben äh außen draußen der Horrorfilm den Gang dann lang schön alter Trill schön wo ist es platziert? Achtung der der hat da eine Fuse Charge ja das war unwirklich aber der Gedanke war tatsächlich gut der tatsächlich war da ja schau mal das hat mich getroffen das hat mich getroffen ey das ist aus wie ein Puck oh feier ey ja heartbreaking defeat naja aber so läuft es manchmal ne mal besser und mal besser baum ja viele hin viele her ja ja ich hab einfach null Kills die Runde aber das passiert ne Timmit hat da wieder elf gedroppt da wär echt Sauer im Rank wenn ich elf Kills wenn ich elf Kills droppe da wär einfach alle Kills geklaut ja der ist ja auch zu gut hier hör mal geht das jetzt einfach so weiter oder das geht jetzt weiter jetzt kommt Nighthaven Labs glaube ich das ist die neueste es ist die neueste Map die jetzt rausgekommen ist ich bin wieder rausgeflogen glaube ich bist du ah ne 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 warte ich gucken das sollten alle drin sein ja warte ich geb nochmal kurz zwei Minuten vor Schnaufpause na jod na jod na jod wenn du das sagst ich bin sofort wieder zurück dann renne ich auch ganz schnell zum Kloch ja ich mach auch ganz kurz noch ein Lütendes Päuschen bin sofort wieder da ich auch ich geh kurz finden Shorty Jemand hat mich eingeschlossen und die Alarmanlage angemacht be right back ich meinte so zu meinem Chat ich mach euch mal Musik an und anscheinend ging genau in dem Moment dein Alarm los und alle so what? welche Richtung? ja das ja das Ding ist halt so äh hier ist halt eine richtig krasse Alarmanlage drin und da wird halt auch direkt Polizei und sowas verständigt ja ok deshalb äh ja und das einzige wie man es halt aufhalten kann ist jemand den mann so schnell wie möglich unseren Kollegen anruft der halt äh sich drum kümmert und dann in der Leitstelle anrufen oh man mhm ja aber let's go let's fucking motivierender Spruch von mir wenn ihr euer Büro verlasst und ihr habt Kollegen die vielleicht auch mal eingeschlossen in Studios sitzen äh dann macht nicht den Alarm an ah und damit werden wir jetzt gewinnen Abwarten ja oh du 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 wir müssen eine Bombe aufspüren au die Map Hab auch noch Motivationsspruch seid froh dass nicht äh die Bude hier bei Sterzig brennt sondern wir richtig on fire sind let's go Denn die Runde wird jetzt an Feier sein. Jawoll, wir sind richtig an Feier. Also, ich glaube, das sind ziemlich die gleichen Voraussetzungen wie alle jetzt, weil die Map ist die neueste. Und ich glaube, Steffen und Chaos können die ganz gut, aber... Ja, das sind ja auch Pro-Gamer, habe ich recht. Ja, das ist leider so. Boah, da bin ich. Haben wir noch keinen Gegner gefunden. Ich glaube, wir sind oben. Ich habe den Keller durchgeforstet. Ja, hast du von... Ah, nice. Sehr gut, Schlerzig. Schlerzig, MVP. So, Abfahrt. Abfahrt. Ihr seid aber schnell unterwegs, sag mal. Gibt jetzt eine Bazooka in den Kopf, Junge. Kann man hier auch übers Dach kommen? Wir machen nicht einfach so random was auf hier. Die shooten da durch. Hopp, ja. So, ich mach mal hier, ne? Ich mach mal hier den Lachs auf. Schmeiß mal den Lachs hier. Warte, ich ruf die mal kurz an. Ja, ruf die mal an. Okay, ich krieg kurz nen Anfall. Perfekt. Alles entspannt, hier ist alles free. Ich weiß noch nicht, wie es da hinten aussieht. Oh, was schießt er? Doch, hier sind irgendwelche Sachen auf dem Boden. Warte, ich geh mit der Droh davor. Ja, mach mal. Okay. Wenn da jetzt ein CD geflogen kommt, dann... Dann bin ich tot, oder was? Rechts ist frei, links auch. Er ist hier, was? Er ist hier gegenüber. Er hat einfach durchgeschossen. Hier, auf Kling 2. Oh ja, ich bin gleich down. Ich kacke. Nein, Papi, der ist nack. Bei mir auch jemand. Mein Gott. Jesus. Das Timing. Ich hab auch. Drei Leute da. Hinter dir! Er läuft uns! Oh mein Gott! Das Timing. Das Timing, Mann, ey. Ich kam leider ein bisschen zu spät. Ja, fängt schon mal gut an. Sehr gut. Hätte ich genauso gemacht. Durchatmen und, ähm, weiter geht's. Naja, wie immer, ne? Ihr wisst doch, ihr wisst doch, wie's läuft. Ich bin einfach so kacke in dem Spiel. Nein, sag das nicht, sag das nicht. Ist doch wahr, ist doch wahr. Nein, nein, Kopf hoch. Hier ist niemand kacke, was? Ihr schwimmt gegen zwei Pros, die sie nicht zurückschalten können. Ich find, die sollten einfach aus Prinzip nur neifen. Selbst das klappt ja. Die sollten aus Prinzip einfach nicht so aggressiv in der Gegend rumlaufen. Die sollen mehr, die sollen mehr, äh, Kanonenfutter sein. Yo, Bro, chill, Fan. Jo. Gehen mal Treppchen hoch. Hallo. Hallo. Hier ist keiner. Hallo. Da vorne war ne Treppe, glaub ich. Ja. Hier ist ne Treppe, ja. Oh. Schön. Schön die Treppe hoch, ne? Oh, da sind wir auch. Ja, moin. War unten nix? Ja, aber hier auch nix oben. Ich bin direkt nach oben, deshalb weiß ich nicht. Hallo. Dann sind die bestimmt unten, oder? Ja. Ich glaub, ich bin unten, aber ich verfahren nicht. Müsste unten sein. Hier ist gar nix oben. Keller? Gibt's nen Keller? Gibt's noch nen Keller? Es gibt nen Keller, ja. Ist tatsächlich. Dann wahrscheinlich Keller. Wie kommt man in den Keller? Mit viel Magie. Okay, ja. Äh, äh, was ist das? Ich dachte ich versledged, alles gut. Das ist nur ne Candela, die macht sich kurz blind und dann ist alles wieder entspannt. Ja, alles gut. Ja, White-Modus. Oh, ich hab so Angst um Trillux grad gehabt. Die Treppe nach unten finden. Ja, ich bin, ich kenn die Map selber so gut wie gar nicht. Wir wurden bescannt. Kamera, schauen. Magazinwechsel. Oh, Fernsehchen nach unten findest. Links ist ne verstärkte Wand. Oh, das passt so. Ich hab ne Treppe gefunden hier hinten. Auf Marker. Ja. Ich geh mal mit meiner, äh, mit dem Hologram runter. Ja, unten hier sind. Hier ist auch was. Warte? Da hat doch grad einer gebankt. Ja, ja, hier unten. Die sind hier unten drin. Auf, auf der 3. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Blitz. Und mehr? Ja. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Die Flashbangs sind ja wild. Oh mein Gott! Wo komm ich denn hier runter? Weiß nicht wie ich jetzt zu euch komme. Okay. Obwohl doch. Wir sind alle unsere Beine. Entschärfer wurde zurückgeholt. Eieieieiei. Kommen wir da jetzt durch? Du kannst noch ein bisschen mehr da rein fusen, wenn das darunter die Side ist. Das könnte klappen tatsächlich. Aber so ein bisschen versetzt. Mal hier, da drei Meter weiter. Ich hab einen guten Plank, glaub ich. I guess. Habe ein. Da, da. Ich geh hier einfach mal ordentlich durch. Ich weiß nicht wie ich hier runterkomme. Oh! Oh nein! Ich dachte, die wären alle unten. Ich bin so verwirrt. Ich war überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht ready dafür. Das war aber auch ein Killer, ey. Ich war überhaupt nicht ready dafür. Ich wollte gerade noch hier mittlere Maustaste spammen für das andere Ding zum unten durchbrechen. und kam überhaupt nicht darauf klar, auf ihn zu zielen. Alter. Ich denke, die sind alle unten irgendwie. Einer schießt da unten durch den Boden. Der andere ist plötzlich oben. Dieser Pew-Pew-Typ. Also, naja. So, motivierender Spruch von Trillux. Let's go. Oh, der will nicht. Der ist sauer. Ich war leck gerade. Das ist überfordert. Das ist überfordert. Also, besser als das mit dem Brot und wir bringen die alle um. Kann es auf jeden Fall nur besser. Okay, ich mach nur wieder eine Kette, okay? Okay, let's go nochmal, ja. Mit dem Mikrofon in meiner Hand komm ich rein. Denn ich bring heute Freestyle-Rhymes. Scherzig, Timmit und Shorty sind da. Auch der Jericho, der geile Hittar. Wir schießen jetzt hier um. Buddy Peters und Sigismund. Ich hab B Bombe gefunden. Schön. Hier sind vier Leute. Ja. Oh shit, alle unten. Fünf Leute. Alle fünf. Ja. Okay, let's go. Die chillen da halt alle gerade auf dem Haufen. Das ist ja ein Sane. Die bauen auch wieder irgendwelche Sachen ein? Ja, ich hab ne Cam direkt auf denen. Die sehen meine Cam nicht. Vielleicht ist sie jetzt noch gut. Schweine. Schweine. Das gibt ne richtige Bazooka jetzt in den Kopf. Ja, ja, ich mach da auch ne Atombombe rein. Das glaub mal. Oh, drin ist richtig heiß. Oh. Das war meine. Genau hier waren die doch, die Säcke. Die sind genau hier. Achtung, Achtung. Schön. Oh, Trillux, Trillux. Oh, Trillux. Oh, Trillux. Oh, Trillux. Oh, Trillux. Oh, Trillux. Lass aber was für die anderen hier. Lass mal ein paar für uns, ne? Mach mal eine Granate. Warte, ich hau eine. Warte, ich kassiere nur. In der nächsten Ecke. In der Ecke. In der Ecke. Warte, ganz kurz. Guck mal, wie lucky die einfach nur durch die Gegend crouchen und mich dann vorm Visier haben, weil ich grad in ne andere Richtung guck. Das ist so, also ich hab Pech. Ich hab niemanden so weit gesehen. Ich würde sagen, ich habe confirmed einfach nur Pech. Wie du schau dir wieder zu, guckst du. Das ist so geil. Ah, Schatti macht's klug. Auch mit dem hinlegen. Kamera. Kamera. Da. Ja, das ist meine Kamera. Sicher? Oder? Die war doch rot. Ich hab irgendwas. Hast du Plusse oder Minuspunkte bekommen? Ich hab Pluspunkte. Ich hab Pluspunkte. Ja, was ist die vom Gegner? Da, da lungert der irgendwo rum. Äh. Ich hab halt irgendwelche Schritte gehört. Oh. Ah! Achtung, 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 Achtung! Achtung! Irgendwann ist er gepiept. Oh mein Gott. Kann sein, dass die oben sind? Äh? Äh? Du hast den Diffuser, kannst hier Onside planten. Irgendwo, wo es dir beliebt ist. Mach mal. Ja? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder zerstört. Sehr schön. Schön, 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 schön bleiben. Ein Scharfer ist online und aktiviert. Oh. Nice. Schön Gift im Bein. Zack. Oh, weiß. Perfekt damit. Ja, versteck dich aber dahinter, das ist gut. Rechts von dir? Nur noch ein Gegner übrig. Hast du den? Ja, da ist aber noch einer. Ja, da ist noch einer. Oh. Let's go, Bro. Give me that crown. Nice. Give me that crown. Give me that Diffus. Die machen sie einfach genauso aus wie die. Das war aber gut. Du hast geplantet, dann hast du noch ein bisschen gehalten. Was du zum Beispiel jetzt machen könnt, ist aus dem Fenster springen. Weil da haben die Verteidiger es schwerer. Okay, chill. Okay, chill. Okay, chill. Okay, chill. Hallo. Hallo, Tiff. Das war in-game. War das gemeint. Was du machen kannst, ist zwar aus dem Fenster. Alter, ohne Kontext ist das echt. Was du noch machen könntest, ist aus dem Fenster springen. Schau, dich steht so auf. Okay. Ja, das passiert oft auch, wenn man mit dem redet und dann so, wenn einer sagt, geh zurück in die Küche oder so. Solche Sachen passieren. Oder es gibt so einen Call, Kids Bedroom. Aber man sagt Kids einfach dazu. Und in Englisch klingt das ganz komisch, wenn man sagt, er ist in Kids. Okay, ja. Deswegen, manche Sachen sind, ja, klingen. Könnt ihr die Wall hier aufmachen? Die auf vier? Ja. Welche, die soll ich aufmachen? Okay, warte. Ich bin dabei. Mach mal auf jetzt hier. Mach mal auf. Mach die Wand auf. Genau die. Machst du die auf. Hallo? Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Du kannst dagegen schweißen, Trilox. Wir haben keinen Friendly Fire in der Vorbereitungsphase. Bist du sicher? Ja, ja. Bist du nicht. Ah! Sehr schön. Let's go. Sehr gut. Fünf Sekunden noch. Cool, 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 cool. Cool. Fünf Sekunden. Du scannst und deckt, Junge. Wer denn? Wer denn? Wer will was, hä? Wer? Oh, da kommt's aber jemand, oder? Ich knall die jetzt so weg, Junge. Das will ich hoffen. Ich chill jetzt. Ich camp jetzt einfach. Ich lauf hier immer rum und will Kids machen, aber... Ich chill jetzt mein Leben. Same. Ich versuch, dir mal zu backstab in die Runde. Oder? Ne, mir passieren Sachen. Links von dir Trilox jetzt, ja? Ja. Oh, die spinnen Sense. Cool. Bitte keiner noch mehr. Rechts von dir. Ja. Hä, wie ist er denn da rein? Oh mein Gott. Warte, hier. Auf hier. Da kommt Grenades sogar. Da kann ich bestimmt wieder nix machen. Im Warehouse ist alles. Da kommt noch einer vor gleich. Der Croucht. Achtung. Da? Ja, genau wo du hinguckst. Gerade rechts da. Rechts da. Auf dem Yellow-Pink. Oh, ich hab Puffy. Hahaha. So. Hahaha. Da ist noch einer, äh, Timmit, wo du jetzt hinguckst in die Richtung. Schade. Warum stirbt der nicht? Ähm, der ist sehr ungefrackt. Oh mein Gott, hab ich mich erschlafen. Er kommt zurück, er kommt zurück da, wo du den grad abgeschossen hast. Was? Ich seh den soweit nicht. Nicht close auf jeden Fall. Auf dem Yellow-Pink. Shorty, Achtung. Sind so eingesetzt. Hier vorne in der Ecke bei dir, Timmit. Irgendwo. Ja. Ah. Kann die hier links kommen? Oh ja, er blendet doch, oder? Wo denn? Ich hab ihn nicht gesehen. Ach, links. Ich hab ihn nur kennengelernt. Schade. Schade. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Na gut. Na gut. Nice try. Achso, ja, 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 doch, doch. Try's not. Ja, 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 ja. Ja, das sieht schon gar nicht gut aus, ne? Doch, wir haben das. Ey. Kopf hoch. Ja, der Kopf ist immer oben. Piu, piu, piu. Okay, sehr gut, sehr gut. Genau, das ist... Oh. Piu, piu. Die Bomben sichern. Die Bomben sichern. Komm jetzt los, los. Ist der, ist der Boden unten? Kann ich da quasi mein Tee, den Tee quasi dranhängen? Von unten rein theoretisch? Ja. Wow. Hör mal, Shorty, das ist, äh... Du denkst aber mit, du. Okay. Das ist, äh, richtig smart. Ja, das macht man sogar sehr viel mit Puls. Ich lauf mal runter. Achtung. Ein Bombenstandort ist die Gefahne. Gern tot. Smarties wären auch lecker jetzt, ey. Mhm. Wie kommst du denn jetzt da auf? Oh, weiß ich nicht. Okay. Gegner ist da. Mann, nö. Jetzt stehen wir jetzt genau hier hin. Okay, ich steh jetzt einfach auch mal hier unten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ja. Ihr sagt von wo, ne? Wenn er sieht, dann... Hier bleib ich. Die kommen bei mir. Hier. Das TNT hier. Das TNT von unten. Hä? Oh nein. Oh nein. 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 Da kommt eine Drohne vor. Wo? Wo denn? Wie? Er ist doch gerade... Achso, da stand noch einer am Fenster. Er steht da mit seinem Samsung Galaxy 2. Weiß nicht. Gib mir direkt einen Headshot. Weil er genau weiß, dass ich pushe. How? How? Ich seh ihn gar nicht. Ich weiß nicht, wo der war. Wo war er? Was? Hinter dir. Ich hab ihn... Warte, ich guck nochmal in die Kamera. Ich hab ihn gesehen. Also der war unten. Er war hinter dir. Hier. Geh ins Window rein. Ah, okay. Ist immer noch beim Window. Unglaublich. Bei mir ist auch einer. Down. Hier vorne. Hinter den ähm... Ich sehste. Ich hör's. Ehm, linke Seite ab. Oh shit. Jetzt rechte Seite. Kommt vor. Steh closed rechts. Macht irgendwas kaputt. Er ist durch die Wand. Er ist durch die Wand. Rechts von dir wahrscheinlich. Rechts durch die, genau da. Naja, er ist durch. Er ist durch. Hier vorne bei Ping 4. Ich hab ihn markiert. Fünf oder was? Nee, vier. Ich hab den gerade auswesend gesetzt. Ah, okay. Ich glaub 5 hat gerade geschossen, oder? Ich war das, ich war das, ja. Der war da, der war da. Ja, er kommt, er pusht. Er geht die Treppe hoch. Das darf nicht wahr sein. Er geht da rein, wo du gerade herkommst, Timmit. Naja, ich wüsste. Er ist da. Er ist da. Auf Marker, auf Marker. Direkt auf Marker. Er ist da. Junge, what the fuck? Er rotiert. Ist jetzt hinter den Boxen. Oh wei. Junge! Hör auf! Der andere ist eine Etage über dir. Oder einer von denen. Im selben Raum. Er ist jetzt quasi direkt über dir. Einer von denen. Der andere ist hier. Das sind solche Schweine, ne? Der andere ist hier. Direkt auf dem Marker. Kann man so eklig sein? Man! Okay, über dir ist erstmal Clear. Er ist genau hier lang gegangen. Oder einfach den Frack. Alles entspannt. Der andere war vorhin da oben. Der spielt mit mir. Das Schwein. Unglaublich. Unglaublich. Ne? Naja. Boah, Junge! Jungs, fang die Mädchen! Hey, meine Güte! Schade. Ja, das war mehr Glück als Verstand. Von denen natürlich. Nicht von uns. Ja, eben. In der Schule. Musst du das auch machen in der Schule? Ja. Auswendig lernen. Ja. Ganz schlimm. Und dann? Es gab immer so Situationen. Da hast du es auswendig gelernt, aber bist nicht drangenommen worden. Nee. Ja. Auch geil. Da hat man es so für nichts gemacht. Also oben habe ich niemanden gesehen. Ja, die sind alle im Erdgeschoss tatsächlich. Ja. In der Küche. Richtig. Ich erschrecken gleich, wenn ich wieder spawne. Alle in der Küche. Zehn Sekunden bis Einsatz. Fünf Sekunden. Ja, unten wird alles zugemacht. Okay. Da liegt jemand einfach in der Mitte. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein Spiel jetzt. Abfahrt. Abfahrt. Ich bin schon da drinnen, wo ihr gerade rein wollt. Ach, shit. Aber hier ist auch gar nichts mehr zum Runter können. Oh, hier ist einer drinnen. Wait, hier. Hier, links neben mir. Warte ganz kurz. Ich mache einen Five-Head-Move. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Angepunchtes Wind. Oh, ich bin Solo. Ich bin Solo. Huh. Aber ich habe irgendeinen Pew-Pew geholt. Wie kommen wir hier runter? Ich check gar nichts. Wie kommen wir gar nicht runter? Oder? Hier ist noch einer auf den Stairs. Achtung, nicht hier durch. Hier steht noch einer. Durch den Boden, Bro? Was? Du wurdest durch den Boden geholt? Ja. Mit C4, oder? Ja, ja. Gegner draußen entdeckt. Ah, der ist hinter uns im Raum. Wo stimmt der dir her? Wo genau? Ich kann gerade überhaupt nicht zuordnen, wo. Ja. Das ist ein bisschen schwer zu callen. Einer ist hier im Hallway unten an den Basement Stairs. Mhm. Jawoll. Okay, der letzte. Der letzte war... Oh, da ist er! Hä? Da ist er. Er ist oben. Er ist oben. Auf dem Balkon. Direkt über dir. Also, ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber vermutlich noch da. Okay, ja, der ist immer noch oben. Ja, leider haben wir gar keine Vision. Können wir es halt versuchen zu planten? Erstmal? Ja, der Diffuser ist leider noch oben. Ah, fuck. Okay. 30 Sekunden. Das alles. Und noch viel mehr. Ich bin so erschrocken vor dem Diffuser da stehen. Ich mich auch. Ja. Ja. Es bleiben noch 10... Schön, schön Rotation. Fünf Sekunden. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das war ein Rainbow Six-Spieler. Ganz easy. Ganz easy. Man kann die halt wirklich richtig, richtig eklig platzieren, als du da rein rennst. Vor allem, wenn du in der Pauseplan-Situation bist, denkst du da selten nach. Also, es gibt sehr oft halt Mates, die dich einfach daran erinnern. Achtung, Achtung, Claymore. Achtung, Achtung, Claymore. Aber ey, kann die auch einfach kaputt schießen wahrscheinlich. Genau. Das definitiv. Mit einem Schuss sogar. So wie alles andere auch. Mit einem Schuss. Äh, ja und nein. Es gibt tatsächlich Gadgets, wie zum Beispiel die Matten von Frost. Äh, die haben HP. Oder das Schild von Blackbeard hat auch HP. Ja. Würde ich die Map nur kennen. Dann wäre einiges einfacher jetzt. Hier wurde irgendwas geworfen, oder? Ich hab oben soweit nichts gesehen. Ah, doch hier oben. Wait. Ganz oben? Nee, du hast die Bomben gefunden, Shorty. Da waren noch drei Leute, oder so. Oh shit, ja. Let's go. Ich hab zwei aufgedeckt. Ja, der Mordi-Skin ist richtig geil. Einsatz in fünf Sekunden. Alles entspannt. Exzilla. So, Abfahrt. Wir gehen rein. Abfahrt. Exekuten. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Nein, mit Hass. Mit Hass. Hass. Ich sag euch, Siegesmund hat richtig Bock auf Frost. Deswegen achtet ein bisschen darauf, falls ihr diese Matten auf dem Boden seht. Das sind die Bärenfallen, oder was? Genau. Genau, diese Bärenfallen. Oh, ich bin in den Gift getreten. Ich bin in den Gift getreten. Ich bin in den Gift getreten. Oh, da ist sogar noch mehr Gift. Oh, hier ist Feuer. Hä? Hä? What? Hier liegt Feuer? Ah, über uns an der Treppe direkt. Ist aber weg. Aus dem Weg. Juhu. 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 Call of Duty Black Ops 2 Ding von damals. Oh, nice. Nice, nice. Ihr bei vier? Bei viert. Bei vier? Bei vier? Bei vier, ja. Ja, eine. Den hab ich. Da sind mehrere. Alle drei waren auch. Oh, schade. Mein Gott. Naja. Nice, Jay. So ist es dann, ne? Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's. Hab genug. Ich rufe dir jetzt einfach an. Ja, reicht jetzt auch. Ja, ich klingel einfach an deren Tür schnell. Und dann, äh, passt das schon. Oh, sieht's ja süß aus. Ach, schon wieder eins. Man, ich bin so. Ja. 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 Hier ist nix. Oh, hier doch. Hier ist was. Hier ist ein Gegner. Hier machen die zu. Okay. Okay. Ich bin tot. Ich platziere meine Drohne jetzt hier. Ich mach kein Geräusch. Und kann somit, äh. Noll, der hatte ich nicht gesehen. Ja. Die wissen nicht, dass ich hier bin. bis Einsatz. Ja, die haben auf jeden Fall an die eine Tür so ein Frost-Dings gemacht. Tja. Oh Mann, ey. Ich wurde eben so weg Z4. Ich wusste nicht mal, was das geht, dass man einfach so krass Z4 werfen kann, ohne Konsequenzen. Ja. Einfach so schön durch die Luft und dann... Genau. Du kannst mal direkt... Alter. Ich bin schon wieder reingelatscht. Okay, keiner ist in der Garage. Hier könnt ihr einfach rein. Alter. Jetzt geht's ab. Aha. Du könnt weiter vor. Da sind ein paar. Hier ist Stacheldraht. Aha. Genau. Flüster mal rein. Und dann gehst du links. Hier, da wo... Wo der Ping ist. Da ist einer. Komm mal nach links. Da sind drei. Drei sind hier. Bei zwei. Okay. Oh, da... Hier kommt zwei. Hier kommt zwei stärzig links von dir. Ouch! Oha! 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 Einen durch die Wand selber. Von unseren Mates abgeschossen. Aber irgendwie auch einen Kill gemacht. War alles geil. So, äh... Was wir machen? Bah? Nochmal das gleiche, oder? Spielen den selben Song nochmal. Spielen wir den selben Song nochmal. Alles klar. Spielen wir den selben Song nochmal. Spielen wir den selben Song nochmal. Ey, Matteo. Dankeschön für den T1-Sub. Dankeschön, ne? Mh... Maestro, wer ist er denn? Oh, Maestro ist ein, äh... Ziemlich, äh... Cooler Operator. Sehr underrated. Hat einen LMG in der Defense. Der einzige Operator, der einen LMG in der Defense hat. In einer sehr schnellen Feuerrat. Und der Cut so zwei... Als Fähigkeit so zwei Evil Eyes. Die sind, äh, kugelsicher. Denn die sind ja auch mal begegnet. Und die schießen Laser tatsächlich, ja. Schiisch. Wandverstärkung bereit. Da kann man nur Schiisch sagen. Da ist aber richtig Schiisch. Können wir die Wand hier aufmachen, Flux? Hier? Auf zwei? Auf vier? Gib die auf. Oh ja, tatsächlich. Nice. Okay. Ich geh mal auf irgendeine Treppe. Ich hab auch keine Treppe. Noch 10 Sekunden. Hier ist ein Whirlpool, Digga? Du hast ja alles gut. Hier ist es. Durch Scan entdeckt. Es bleiben fünf Sekunden. Es bleiben fünf Sekunden. Ich merke grad jemand im Chat gesagt, hat Schank hat mittlerweile in der Defense auch ein LMG. Das ist aber, äh, nicht erwähnenswert. Hey ho, chill, Danny. Okay, habt ihr, habt ihr, hört ihr was? Seht ihr was? Ne, ich seh gar nichts. Okay. Aber ich hab ein bisschen Angst. Ja, versteh ich. Ach so. Ganz im Norden. Was? Wo hab ich da Damage herbekommen? Ja, vom Fenster, glaub ich. Ne, bei mir unten auch. Im Keller ist auch was. Im Keller? Ja, hier auf pink. Auf drei. Schau, schau, schau. Kommst du mal zu mir hier direkt an die Wand und scannst mal in die Richtung, ob da einer ist am Fenster? Ja, hier. Der geht weg. Auf vier. Keller tot. Okay. Der Keller ist tot. Die eine Person im Keller war... Hier über mir auf pink vier. Ist umgefallen? Ja, ist umgefallen. Ähm. Immer noch hier über mir. Ich hör irgendwie Steps über dir, glaub ich. Ja, fuck. Auf der Treppe. Bei mir, bei meiner Leiche. Scheiße. Sieh es nun mal wieder. Hier oben auf der Treppe. Schön, schön. Räumen. Hier oben bei mir. Ich hab markiert. Das wär's ja gewesen. Auf der Treppe zwei Leute. Wieso bist du denn so schnell jetzt? Das sieht nur so aus. Schön. Oh, er gibt ihm einfach. Oh, nein. Eieiei. Lecker Schmecker. Ops, geschlingelt. Einer war auf jeden Fall noch hier auf Marker oben. Oh, da war einer. Was bedeuten die Zeichen? Linksfragen, ne? Schön. Boah. Mein Gott, hör mal. Das muss ja nicht sein. Der muss ich jetzt auch einmal. Warte, ich... Hä? Der war halt gepinkt, ne? Der war halt gepinkt, aber trotzdem. Ja, ja. Ah, lol. Die hat halt so einen Wallhack. Wenn du einen verletzt und den dann injerst, dann wird das ganze restliche Team für zehn Sekunden, glaub ich, gespottet. Punkt. Okay, das ist krass. Pff. Okay. Erstmal durch die Wand. Ha, ha, ha. Boom. Ja, musst du wissen, ne? Immer Tatschanka mit LMG. 3-1. So. Jawoll. Okay. Komm, bei der letzte Runde ist noch mal komplett diese. Das ist unsere Runde. Besus. Okay. Ähm. Das kriegen wir jetzt. Jetzt nicht panisch werden. Schön verstärken. Wir machen einen Durchbruch. Ihr wisst, wie es läuft. Schön hier durch diese Wand hier. Knack mal auf, hier, Trilux. Habe ich? Nicht dir. Aber ist die hier? Die hier, die hier, die hier. Nee, hier, hinter dir. Die hier. Oder war ja doch richtig. Müsst du jemand anderem zeigen? Naja, nicht ganz. Nee, die gingen nicht auf. Welche? Ich mein die hier. Pink doch mal. Äh, hier. Nein, Gonsten. Ich mach das. Guck mal, guck mal. Weiß doch nicht. So. Sehr schön. So. In der anderen Maps habe ich das immer an den Holzrennen erkannt. Hier sind es einfach die Weißen, oder was? Die man aufmachen kann. Leute, nicht so viel Munition verschwenden. In diese Map ging so viel Arbeit. Die Gegner haben meine Borde lokalisiert. Ich gerne. Okay, Friendly Player ist jetzt aktiv. Äh, ihr macht einfach mal Calls, wo die so kommen können, ne? Ich glaube, im Osten kommen die. Bei dir sagst du? Ja, die kommen hier oben aufm K9 und einer geht da an das Main Window. Der rappelt da. Auf dem Yellow Ping. Ja, der ist grässig. Ha! Hier vorne auf Pink 4. Ich... Alles gut, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ja, outside. Der geht mal ran hier, bitte. Der geht direkt auf meiner Leiche an dem Eingang. Nein, ich krieg auch von hinten. Scheiße. Was ist das denn? Wo denn? Wo denn? Auf der Erde hab ich gestorben. Ähm, aus dem Frontyard, laut Konsole. Wie soll ich da denn wissen, dass das geht? Plötzlich kommt er mit dem Enterhaken ins Fenster reingesprungen, Junge. Assassin's Creed, oder was? Wir sind unten drunter, ne? Ja. Schon wieder? Ich werd schon wieder angerufen, Mann. Was soll denn die Scheiße? Oh, ich hab mich verglückt. Mich wird die ganze Zeit... Was reicht denn jetzt? Oh, über uns, oder? Über uns? Ja. Du hast ein C4, Shorty. Versuch das mal zu schmeißen. Ich hab das leider schon weggeholt, auszusehen. Oh, schade. Ist über mir direkt? Ihr müsst nach oben. Ich glaub, die wissen, dass ihr beide nämlich unten seid. Warum aber? Woher? Weil ihr beide geschossen habt. Okay. Reichts von dir, Shorty? Oh, ja. Schade. Äh, keine Sorge, ich hab das ja. Alles gut. Dann spielen wir ein bisschen länger, weil, äh, es ist eh... Kein Problem. Ein Overtime. Na gut. Um in der Shotgun. Boah. 50 Meter. Tigger. Äh, einfach so, wusste er, oder wie? Ja, ja, das weiß man. Ah. Ah, ja. Also, es gibt... Durch den Post-Plant gibt's halt, äh, hast du nur noch eine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Also, beziehungsweise es gibt nur... In dem Fall gab's nur zwei Wege, von denen du hättest kommen können. Ah, okay. Und da gab's halt einmal da, wo Shorty gestorben ist, und der andere, wo er grad abgeaimt hat. Hm. Na gut, da war jetzt auch noch die beiden, die das Spiel halt kennen, ne, zum Schluss. Eben. Das ist halt so. Und dann hört man noch die Steps. Gegebenenfalls war da noch eine Drohne, die das gecallt hat, dass du jetzt auf den Stairs kommst. Mein Gott, ey. Mein Gott. Das ist schon krass, wenn man... Ich glaube, also, wenn man so selber so dieses krasse Map-Knowledge hat, das muss einfach richtig heftig sein. Das macht halt super krass, ja. Man weiß, wo man halt die Mate hinwerft, weil die Leute da vielleicht auf einen Default ... Genau, genau. Aber das, was du mit Puls machst zum Beispiel, ist auch ziemlich gut. Das macht man, äh, wenn du zum Beispiel weißt, du bist der letzte Überlebende, und die wollen grad planten, gehst du halt von unten mit deinem Scanner und scannst irgendwo. Ja, okay. Und wenn du da... Genau, wenn du weißt, okay, der bleibt grad stehen, das bedeutet, der sollte eigentlich grad... Das ist der Planter, wenn der stehen bleibt. Ah, okay. Und dann schmeißt halt dein C4 von unten. oder versuchst den auch durch den Boden mit deiner Wache zu killen. Okay. Lütz. Ich lade jetzt nach! Ich lade jetzt nach! Lad nach! Mein Gott, ey, irgend so ein Typ, äh, so ein Operator aus dem Gegner-Team eben, hat sich mit so einem Enter-Haken einfach in so ein Fenster reingehütet. Ah, das... Ja. Und hab mich vorhin geholt. Ich dachte, ich seh nicht richtig, ey. Den Operator kennt Shorty eigentlich, oder? Den kenn ich, der war witzig. Ja, ey. Let's go! Wieder Teamkill. Oh, naja. Na ja. Ich glaub, die wollen's fair halten. Müsst ihr selber wissen, ne? Die Noobs hab ich recht, Freunde. Richtig. Hört ihr schon was? Ja, ich hör bei mir was, oben. Was, bist du rüber? Du bist gerannt. Bin hingefallen, schreibt er. Hast du grad'n Geräusch gemacht? Sterzik? Ja, ja. Achso. Ah, du auch, ne? Bei Sterzik hab ich auch was gehört aus der Ecke, dachte ich. Nee, ich hab gar... Ich bin nur gelaufen, wenn. Schön. Noch mehr dahinter. Das ist noch ein Fenster. Oben bei dir, oder? Links. Hier bei Jericho. Oh, mein Gott. Hab ich ihm gar kein Damage gemacht? Wie bist du denn gestorben? Ganz woanders. Kontaktgranate. Hä? 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 Einmal hier oben? Bei mir, bei mir sind ein paar, glaub ich, ja. Oh, oben ist einer. Timme, traust du dich zu flanken? Ja. Kommt die Treppe runter? Kommt die Treppe runter? Kommt langsam die Treppe runter, Trillux. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wie fliegt der denn, Junge? Da ist hier oben an der Treppe. Links oder rechts von mir? Äh, über uns, über euch, über euch. Ist jetzt gleich über B, geht hier die Treppe lang. Ja, ja, ich seh'n auch. Ist jetzt ungefähr auf 5, auf 5 Mark. Auf Zeit irgendwo? Ich bin noch ein Steckstock weg drunter. Ah, da war einer drin. Wo hab ich ihn entdeckt? Auf der Bombe, quasi. Nachladen! Ey, das arme Bild. Da ist ein Punch-Tall. Ich wette, KS hat ihm das beigebracht. Pssst. Wo? Ah, einer ist hoch. Kannst du mal ein bisschen durch die Wand schießen, Shorty? Ja. Der ist super... Nein! Er ist rechts von dir. Warte mal, du hast ihn doch getötet? Warte mal, du hast ihn doch getötet? Ne, du hast ihn doch getötet. Na gut, ne? 3-3, let's go. Ja, wir haben nur ein bisschen Vorsprung gegeben, ihr wisst doch auch. Give me the crown. Give me the crown, bro! Ja! Ja. Ups, oh Gott! Entschuldigung. Alles gut. Sami! Denn ein Rülpser ist nicht schlimmer als ein... Ein... ...Mülpser, weil... ...im Endeffekt... ...du nur... ...deinem... ...Herzen folgst. Und das sollten wir jetzt auch tun. Das kriegt nach nem Shorty rein. Das ist mein Motto. Hey! 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 Ich hab einmal verkackt, das ist einfach fehlbar so. Hier, knack auf! Knack auf, Trilux. Die 5. Will ihr in die Badewanne kommen? Ich bin in der Badewanne. Warte, warte! Warte, knack am besten! Ich hab schon geknackt. Ich hätte grad gesagt, das wäre schlecht. Ich hab schon geknackt! Ich hab schon geknackt! Oh! Ist aufgeknackt! Achtung! Ein Bombenstandort ist in Gefahr! So! So! Haben wir's doch! Ich hoffe, die legen jetzt auf A. Ich möchte jetzt nochmal meinen TNT nur... Ich habe große Angst. Es bleiben 10 Sekunden. TNT! Alles richtig gemacht. Ja, ich... Hab grad eben mal auf Party geballert. Hab ich einmal... Nicht einmal damaged. Das war insane. Stopp-dem-dem. Das ist einfach so insane, Jumä! In Sahne. Ich hab ja kein Damage gemacht. Hier wird hingeschossen. Ich weiß nicht von wo, aber hier kommen Schüsse an auf drei. Oh, das war ich. Hier vorne, hinter der Wand. Wir sind durchgewandt geflogen. Oh, Sturzel. Richtig. Einer ist unten vom Keller. Und zwei sind hier. Zwei? Hier ist einer draußen. Oh, dann repellt der. Dann repellen die da gleich am Fenster. Oh, da oben schießt er mal gegen. Ja, da sind zwei Leute. Immer noch zwei. Ah, Mami. Mami? Was? Und hier auch. Hier geht die Post ab. Ab einen hab ich. Einer draußen bei mir. Hat Hit. Immer noch über uns. Der ist da und auch da und auch da und. Okay, ihr kriegt das Sinn. Ich hab den, komm. Für den Papp, wie viel... Wo ist der hingelang? Dann kommen die gerade. Oh, der Diffuser liegt da. Das heißt, die müssen... Oh nein. Der hat mich. Sie sind schon gesichert. Der Diffuser ist bei uns. Der Diffuser ist bei uns. Oh mein Gott. Ich, äh... Oh mein Gott, das Timing. In dem Hallway. In Richtung Piano. Der Hallway. Schön, 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 schön. 101, kein Druck. Kann der hier kommen? Ist der nicht sogar hier? Hör ich den? Jaaaa! Uuuuh! Da hab ich gehört. Gib mir den Crown. Gib mir den Crown. Gib mir den Crown. Hint die Garini. Hint die Garini. Yeah. Uhu. Yay, let's go. Let's go. Ja, ich schreib mal einen Chat free. Ich hab auch gerade über den Tag von deiner Chatten, wie einfach das war. Good game. Mhm.